Hallo meine lieben YouTube-Freunde, ich habe ja tausend Ideen im Kopf für Videos, die ich noch machen möchte und die ich noch bei YouTube hochladen möchte, aber ich möchte eigentlich gerne Videos machen, die ihr sehen wollt und deshalb wollte ich euch gerne mal auffordern, mir einfach in den Kommentaren zu schreiben, was ihr gerne sehen möchtet, welche Fragen ihr habt, welche Themen euch interessieren, so im Bereich Pferdehaltung, Pferdegesundheit, Hufflege oder auch Vegan-Lifestyle, vollwertige Ernährung, möglichst vegan, vielleicht Thermomix-Themen oder Gewichtsreduktion meinetwegen, auch psychische Erkrankungen und all sowas. Vielleicht kann ich euch irgendwie helfen mit meinen Erfahrungen oder mit meinem bescheidenen Wissen und deshalb würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn ihr mir einfach mal schreibt, was ihr gerne sehen möchtet, worüber ihr Videothemen haben wollt und womit ich euch vielleicht weiterhelfen kann. Ich würde mich freuen, wenn das klappt und wenn einige von euch eure Wünsche aufschreiben. Bis dahin, keep cool, tschüss!